Musik 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 Was ist da? 35 Meter ruhig 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 Ich habe irgendwas hier hittet. Ich weiß echt nicht, ob es eine oder zwei sind. Zwei. Lonely Howl ist es noch. Zombie kommt. Die müssten weder rechts von dir sein. Alter. Lust, die Haul. Der hat eine Lammat. Die habe ich schon gehört. Lammat, Mosin. Oh, dass ich den nicht gehätschottet gekriegt habe. Den Krokoman. Wo hockt die, Alter? Ganz oben im Norden, das ist wahrscheinlich unser Kuppel aus Aden. Ich bin da. Die war doch da fast neben mir. Ja, der war rechts von dir, ja. Der hat auf jeden Fall Feuerharmonie, die Alte. Das ist dieser, also das ist der mit dem Knochengesicht, ja. Ah ja. Das ist der Haul. Das ist der Haul. Das ist der Haul. Da. Da. Scheiße. Das gibt's nicht. Unfassbar. Die haben aber versucht, dich anzuzünden. Ja. Aber ich brenne nicht, also alles gut. Ich tue mein bestes. Ich bin versteckt, alles gut. Konstantina ist einfach Gold wert. Kann mir jeder sagen, was er will. Ein besseres Schild kannst du nicht haben. Okay, ich muss jetzt hier mal ganz weg. Komplett neu ansetzen. Oh. Da an der Ecke. Da auf der Ecke. Da auf der Ecke. Was schießt denn jetzt? Jetzt ballert er da hinten die Pferde kaputt. Jetzt rennt er hinten rum um Compound. Richtung diese Rutsche, wo die Stämme sind. Aber ich weiß nicht, wo der Kroko-Mann ist. Vielleicht hast du den da gekillt. Ich habe einen Hitmarker gekriegt beim Fass vorhin. Aber den wird er doch bis dahin schon mal lange wieder aufgestellt haben, oder nicht? Da hinten sind die Krähen hoch. In die richtige Richtung. Ja, der ist glaube ich eben mal jetzt im Compound rum. Spinne lebt auf jeden Fall noch. Ich glaube hier liegt keine Leiche. Ich habe mal Muni geholt. Doch, hier liegt er. Hier liegt er. Der ist dadurch wirklich gestorben. Ich fress den Besen. Ich zünde den jetzt sofort an. Jo, macht's gut. Brennt. So, jetzt soll er mal kommen. Seid denn, die gehören natürlich nicht zusammen. Doch, doch. Die standen nebeneinander. Doch, doch. Die standen nebeneinander. Guckst du mehr links? Ich guck dann rechts. Jo. Der ist wirklich durch den Fass gestorben. Unglaublich. Die Spinde glätzt schon oben durch den links durch. Ja, die Spinde lebt da. Die hatte ich auch gehört. Ich glaube noch. Hä? Übel weit weg. Was macht der? Was macht der? Das ist übelst weit weg. Ist der irgendwo ein Wagen? Ja, am Prison. Ja, der ist jetzt hier auch ausgebrannt, sein Kumpel. Ne, da hinten kommt... Oh, da hinten kommt unser Adenfreund. Alleine? Ich glaube, ich habe nur ihn gesehen, ja. Ich bin maximal verwirrt. Der ist im Innenhof. Der schießt die Spinne. Ja, der macht die Spinne. Jetzt haut er so. Wo ruht er sich aus? Zu welcher Tür kommt er raus? Da ist Gift im Vorraum. Da kann er nicht sein. Der Konsantiner hat hier die Tür eingehauen. Hier ist immer eine sehr gute Angabe. Innenhof. Die Tür kaputt hat einen Hit. Der ist hier drin. Oh, hier unterm Haus. Aua. Ich bin so gut wie tot. Der hat die Hive. Du musst jetzt da hin. Kann auch sein, dass einer tot ist. Das hat ein Ratchet-Kumpel. Ist gestorben. Der hat die Hive. Stark. Warum haut denn der? Ich hab überhaupt nicht auf... Ich hab überhaupt nicht auf... Fähnen da über. Ja. meine Terminus neuer nicht nachgeladen. Oh, der Boss ist hier. Okay. Aber warum leuchtet es nicht? Jetzt ist weiß. Ja, ist weiß. Da kommt eine Baetier aus dem Fort. Ja. Ich glaub nicht, dass wir... Also, vermieden lieber. Wir brauchen den Boss gar nicht anfangen. Mir sind jetzt die Krähen auch ein bisschen egal. Weil die kommen sowieso gleich hierher. Ja, die sind auch gleich hier. Also, vermieden schnell Aled-Watikans. Oh, tu es doch bitte. Hier ist auch noch mal eine Toolbox. Alles vermieden, was geht. Vorsicht, ich mach hier eins hin. Ja, ich geh an der anderen Seite. Alles vermieden und dann gehen wir wieder raus. Ene hätte ich noch, falls du noch irgendwo was über hast. Hast du noch eine Falle über? Ich hab zwei Fälle noch über. Ja, dann mach mal hier noch eine mit hin. Aber hinter mir war schon irgendwas durch. Pass auf, da hab ich schon eine hin gemacht. Da kannst du noch eine mit dazu machen. Oh, wann kommt man jetzt hier nicht hoch? Hier kamen wir noch mal hoch. Scheiße, pass auf, hier rechts durch die Tür durch. Da ist eine Bärenfalle. Die Tür würde ich zulassen. Okay. Aber ich geh jetzt wieder... Also, ich geh jetzt schon raus. Ne, ich, äh, seh. Seh ich mich auch. Pferd. Warum hab ich denn jetzt diese Krähen nicht aufgeschreckt? Das ist... Manchmal ist es... Wobei... Na gut. Ist ruhig geworden. Aber warum ballert der da so? Entweder ist da wieder einer tot, einer nicht. Oder von jedem Team einer tot. Aber ich guck tatsächlich... Ich guck tatsächlich mal da hinten hin. Weil von da... Ist eigentlich besser Sicht, wenn die vom Fort kommen. Da kommt natürlich vor allem so rumzirkeln. Ja, ja. Ja, ja. Aber hier kann man auch so schön in den Innenhof gucken. Ja, oder... Oder sie waren greedy und wollten gar nicht hierher. Hatten da einen Kampf. Und wollten dann gleich auf den großen Boss. Und da müssen wir nachholen... Und... Ich hatte gerne ein Pferd. aber ja ja da irgendwo aber auch gerade waffen-feuer zumindest geflasht geflasht ja sie sind blitzelt jetzt kommt ja da ja sind schon sind jetzt gleich dran am kompon kommt vorne über den hühnerkäfig rein ich habe auch nur eingesehen er löscht sich irgendwo drin die werden jetzt den bändisch brauchen ich hoffe der hat den kleinen balken denn das war nämlich weg mein problem ist die lichten fertig du kannst das auch aus machen hat er sich jetzt in die hose gekackt oder was ist mit ihm da oben da oben drinnen frau graue klamotten die habe ich auch gesehen die hat doch die krähen aufgeschreckt alter lebelle was los mit ihr immer noch da oben immer noch da oben drinnen und am zug durch den zug und durch da kommt eine fehler sie hat eine fehler ist als freundin die ist jetzt rüber richtung bosler gerannt centennial headshot down headshot dann fehlt es ungefähr hier rennt ja ja kommt zu ihrer partnerin eigentlich schmeißt da mal irgendwas hin kannst du da hin schmeißen die lichter hinter den kisten nur dass sie nicht wie weifen kann oder so das noch besser wenn es kommt hier hoch glaube ich da oben oder was die ist irgendwo da unten also irgendwo in an dem an dem haus drin ok muss nachladen dauert ewig bei der lebelle ich bin jetzt auf terminus gewechselt wenn die in hit hat blutet die brennt ihre freunde noch oh ja da ist die welche die hockt genau da oben in dem haus wo du wovon auch die anderen die hätten wir auf mich aus dem haus geschossen auch auf dich ich dachte auf mich sicher dass sie auf dich geschossen hat ja es neben mir eingeschlagen hat hat mich angeguckt ok dann könnte ich so vielleicht kriegen weil sie nicht weiß dass ich hier bin das ist so dunkel da ja da ist ich lese ich weiß nicht ob sie tot ist ich weiß nicht ob sie tot ist stark michael super sehr gut hebt mich mal auf erst ich war so dicht dran zwei hits unglaublich gut die einwand ins bein oh renn bitte wer ist das denn jetzt ist das ihre freundin das hat mit hat mit aber ist das ihre freundin ja wie wird dort oder wird es war die helfe sie sind im haus rein wenn du das um reinwerfen kannst du hast um rein die andere kinder wurde aber ich habe aber ich habe von da auch gerade einen schuss abbekommen also wenn du irgendwas hast um rein werfen werfen das liegt aber er wieder aber ich glaube es ist ein neues team michael ganz ehrlich gut möglich aber du hast zu viel ja 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 das ist ein neues team ja sag ich ja 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 ich habe keine muni mehr ne oh shit hier komme ich ja gar nicht raus war halt doof dass du nicht gesagt hast ob ihre freundin noch brannte vorhin weil ich dachte jetzt die ganze zeit dass ihre freundin ich weiß nicht ob ich die getroffen habe ich habe das ach so ich meine ich schätze ich habe sie getroffen aber ich weiß es halt toll jetzt brennst du ja schon krampus und da oben siehst du sie ja toll also weird sister und krampus ja lebelle kriegt man natürlich auch immer nur einen schuss er ist zum reiern wirklich oder tue es bradley laufen hä ich gucke jetzt erst mal wieder immer noch aber ich habe jetzt ist er hatte eine bombe lens das habe ich gar nicht gesehen aber die hatte er hat auch eine pistole in der ne die hat glaube ich getauscht wo war denn jetzt der winkel nochmal da durch den durchgang weiter hinten an die miete vorbeigucken ja ich glaube irgendwas war in dem wagen wo du da durch guckst da war was da ist eben was langgerutscht wo du eben da vorbeigerannt bist du liegst nur unten im gebäude unten direkt vor der tür ja scheiße das ist jetzt aber auch schon gleich durch der bände steißer doch oder ja ja unglaublich du hast mir doch auf jeden fall bei welch über das wasser gefüppert kommen wieder mit teil steps am oh hier 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 sind sie die neuen jungs oder die alten jungs das sind glaube ich die die gerade die die in ostchapel gekommen sind da kommt jetzt hier auf mich zu beide da geile rush dich einer hat hit boah ich hätte ihn fast gemessert scheiße mit so einer wichs knarre stark erstmal meter machen meter machen oder anzünden jetzt vielleicht heilen ja er darf nicht reviven grott mal lieber könnte wir necromanzen jetzt schnell so kein resilient ja ich brauche moment ich muss erst heilen und alles tut stark sehr stark so ich werde besser ja wo denn ich schätze mal aus dem hütteln ne da aus den hütten da rüber rotiert ja ne da aus den hütten da so das war immer so gut wie kann das ja das lehr 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 Metal. Einer macht den Boss. Einer denkt uns ab. Da oben ist nochmal ein Extraction Point. Bleibst du? Ja. Das Metal kam aus der Ecke. Wir können auf dem hinteren Haus sein. Das ist ja auch das Metal. Ich würde gerne was looten von den Boys, die ich da abschossen habe. Ja. Ich habe halt zwei Sachen verworfen. Ja, wo liegt denn die... Den bitte hier. Beedorf, ein Haufen? Ja. Da. Hat einen Hit. Geliessut? So? Hinter dem Haus jetzt. Oder fehlt es? Eins von beiden. Gib mir eine Sekunde. Irgendwo da im Wasser. Nee, da. War noch neben dem Haus. Probier zum Laufen. Dein Ping war kacke. Der ist der erste... Kommt noch ein White Shirt? Kommt noch ein White Shirt dazu? Einer habe ich. Dynamit? Ja, hier hinterher. Hinter dem Häuschen? Ja, ja. Jetzt kriegt er den Mieter. Mieter hat sie getötet. Das Tod ist tot. Ja, ja, ja. Ich hatte schon... Hat er schon geworfen. Warte mal. Sie fragen, ob wir uns schicken. Ich wollte gerade sagen, ob es die Frage ist, ob es so rot ist. Schöne Waffe. Ich glaube, ich muss schicken. Ist gut. Ja, okay. Dann lass mal die Boys hier hinten looten. Die habe ich schon. Ah, die hast du schon. Okay. Dann gucke ich nochmal, ob ich es so finde. Ich habe nämlich gleich auch ein Muni-Problem. Obwohl der eine hatte hier doch eine Wetterliege gehabt, oder? Die Hälte ist Gottfield hier. Der kann sie die Muni holen. Oh ja, sehr gerne. Und das hat der hier Romero und... Sehe ich nicht. Der Doppels? Der zweimal auf Scottfield, oder? Oh ja, unten wird der Lee. Hier liegt noch eine Wetterlie. Eine Windfield. Ja. Gut. Muni wieder voll. Ist der Mieter jetzt gestorben durch mein Dynamit? Nee. Also, ich glaube nicht. Da habe ich mal einen Vierschuss rausgeholt. Oh, da. In dem Durchbruch. Okay. Ohne die Lee Sud. Hat Hit. Hat Hit. Ja. Musst du kurz heilen. Aber der andere ist ganz woanders. Viel weiter rechts vielleicht. Ich weiß es nicht. Alles Silencer. Was ist denn hier los? Fette Silencer-Party. Hier hat irgendwas gehauen. In der Ecke. Ich gucke mal, ob ich hier rein lunzen kann. Ob ich ihn von hier sehe. Oh, hier ist eine Muni-Kiste. Warte mal, ich blume mal was auf. Das ist der Mieter nämlich gezwögert. Warte mal. Wir haben nur einen gesehen, oder? Ich versuche es mal ein bisschen zu baiten. Oh ja, schießt immer noch mich. Schießt auf mich. Weil ich hier hinten bin, schießt auf mich. Da war irgendwo Steps auch noch. Das sind beide draußen, denke ich mal. Was habe ich überhaupt gelootet? Ja, toll. Chaos-Bomb. Ja, vielleicht kann ich so verkehrt gerade. Meinst du, ich soll die mal schmeißen? Ja. Ist ins Wasser gefallen. Von wo kann der mich denn hier treffen? Zieh mir noch einen Fuss. Ich muss das jetzt einfach nochmal. Keine Ahnung. Da, also irgendwo da an dem Häuschen, an dem hohen Kellen-Dreieckchen-Häuschen. Hohes Drei-Dreieckchen-Häuschen. Ja, das kann gut hinkommen. Hier unten. Also jeden im inneren Innenhof. Ja, da. Da ist so ein Durchbruch zwischen die Bienenhäuser. Da sitzt der. Oh, 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 oh. Der ist einer schon mehr im Wald. Einer ist genau 330 im Wald. Ich muss warten, ich muss auf meinen Heal warten, bis er durch ist. Der sitzt irgendwo. Keine Ahnung. Da, dahinter. Genau auf der Ecke hier. Da ist die Frage hier drin. Da kommen wir gleich hier drin, der Muni auf jeden Fall. Genau auf Ping sitzt der dahinter. So, dieser Auslauf von den Batzen da an der Seite. Okay. Da hinterhobt ihr. Dann war das auch der, der mich hier schon geschossen hat, glaube ich. Alter, wir können, als keiner auch die Spinne macht, ne? Alles klar, Manfred. Der ist rekrutiert. Ich check mal kurz die Kutsche. Kutsche ist okay. Ich würde gerne mal wissen, wie viel der Boss hat noch. Aber das ist halt schwer. Dieser beschissene Nebel, ey. Oh. Oh. Ja. Hier, hier hinterm Baum. Oh, ich schmeißt was. Krampus. Oh, der kann aber weit schmeißen. Einer ist allerdings weiterhin links irgendwo. Einer sitzt nur an den Batzen, wo ich gesagt hatte. Da genau sitzt nur irgendwo einer in dem Dreck drüber. Ja, warte, ich versuche gerade den Krampus mal hier zu umcrouchen. Wenn die jetzt... Hast du geschossen? Ja, ich schieße auf die. Der rennt da hinten. Da hinten? Ja. Sitzt du da ungefähr? Ich sehe keinen. Der Krampus ist wieder abgenommen. Der ist hier nicht mehr. Der ist zurückgerannt. Wir sitzen jetzt wieder beide da. Der hat den Ast geknackt. Achso, das warst du. Ja, das war meiner. Da oben. Was? Warum? Okay, hier bei mir. Bei mir, bei mir. Direkt hinter mir. Komm, komm, komm. Komm in meine Richtung gelaufen. Lauf ganz außen rum. Ich laufe einen Riesenbogen. Der ist direkt hinter mir. Ja, ja. Mit der Meter. Bin da. Nice. Spacko. Warte mal. Nicht looten, nicht looten. Ich blockiere den. Okay, soll gerade anziehen. Okay. Ja, kannst du auch. Mach auf. Ist perfekt. Der andere croucht da hinten durch so ein Gebüsch. Oder das ist nochmal ein anderer. Nee, nee, die gehören zusammen. Die waren eben nebeneinander. Die haben sie nicht geschossen. Naja, ich war voll weit weg von dir, Michel. Hattest du gesagt, dass der ist hinter dir. War ich voll weit weg von dir. Der war... Oh Gott, wo war das? Wie gesagt, der kam hier aus der Ecke, wo du jetzt bist, kam der hier hochgesprungen. Ja. Und der andere bist du irgendwo da sitzen. Ja, ein bisschen weiter rechts. Oh, ja. Nee, ich glaube, links neben mir irgendwo. 20 Meter neben mir. Dass dieser, der so krass aussieht mit diesem Wolfsgesicht. Ja, der hockt da oben irgendwo. Ja, ich hab ihn gesehen. Ja, der hockt wirklich. Der saß ja... Der sitzt genau in... Nicht da oben. Ich wollte nämlich sagen, der sitzt weiter rechts. Der sitzt rechts in dem Busch. Der saß nicht oben bei den Bäumen. Okay, weil ich hatte gedacht, da oben hat was gezuckt. Gezuckt. Ja, aber oben. Da. Ja, das ist gar nicht so weit weg. Da, oh, da stand er doch. Ich dachte, das wäre ein Grunt. Kommt jetzt gleich da. Ja, ich hab ihn in der Wetterliege. Ein, zwei... Shit. Hätte ich... Oh, ho, ho. Warum hab ich nicht geschossen? Die müssen ja auf irgendwas schießen. Ja, die haben einfach Zombies weggeballert. Schießwütig, die Jungs. Ja, komm. Nee, die können sich doch nur mit irgendjemandem dueln. Na, dann gehen wir doch mal gucken. Bin ich natürlich doof runtergefallen hier. Da haben wir immer die gleichen Waffen, die schießen. Also ich glaube nicht, dass sie sich mit wem duelieren. Wo ist denn der Clou? Ja, hier oben. Okay. Vielleicht dueln die, die schießen. Vielleicht schießen die gegen den Bogen oder so. Jetzt ist eine Shotgun dabei. Oh, scheiße. Da ist einer auf dem Weg. Ja. Hat ein Hit, wie viel ist? Einer tot. Einer ist runter. Einer ist im Haus. Oh, kommt der jetzt zu mir? Bei mir hier oben ist noch einer drin. Ich kann dir nicht helfen. Okay. Ist runter und raus, glaube ich. Meiner hat Hit. Meiner blutet wie Sau. Ist tot am Blutigsturm. Meiner ist hier im Feld. Oh, hier unten an der Treppe ist auch noch einer. Ich komme jetzt raus. An dem Baum hier hinten. Ja, ich komme zu dir. In dem Haus ist auch noch einer. Hat Hit. Hat Fanning. Pass auf. Ja, ja. Ey, dieser Kack-Grun. Wo ist er? Sag mir was. Ich finde, es ist tot. Ja, sehr gut. Er müsste irgendwo die Büschen hier sein, glaube ich. Also sollte, wenn er nicht abgehauen ist. Der ist im Feld irgendwo. Ich komme auf Idee. Warte, 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 warte. Ah, schade. Der ist hinten rumgezuckelt. Der ist irgendwo da hinten unten. Was ist die Filist, ob die Licht im Türrand? Ja, warum habe ich denn immer so viel Fallschaden? Was ist denn hier los? Wer ist da? Frage ist, wer ist sein Mate? Wohin ist er? Er ist hier drin. Da drin ist immer noch wer. Hier drin ist immer noch wer. Er ist da hinten? Nee, doch, nein. Leckt mich am Arsch. Ich habe ein bisschen Angst, weil der kann hier durchs Dach komplett wallbangen und alles. Der blutet hier drin. Michel, komm mal hier mit rein, bitte. Komm mal. Tod. Das war sein Mate. Das war sein Mate. Wir müssen hier alles anzünden. Ich werde die... Hier auf der Seite ist ein Immo. Der geht ab. Ja, ja, der geht ab. Ja, warte, warte, ich komme gleich. Ich muss die Felix jetzt leider anzünden. Warte. Die könnte nämlich die Partnerin von ihm sein, oder? Er wird, denke ich mal. Weil der andere hat gerade versucht, sein Mate zu holen. Und ich muss noch alles nachladen. Jetzt habe ich den Immo. Komm, komm in meine Richtung gelaufen. Alles gut. Immo ist tot. Oder der wollte looten. Wir brauchen noch eine Lampe. Die beiden liegen die... Was? Ich hätte ich auch noch mal unter. Wir brauchen mal noch eine Lampe. Ah, ich habe die Gäste. Ja, warte, 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 warte. Ich lichte eine Lampe, warte, nimm die. Ja, nimm... Ja. Ich zünd den drinnen an. Ja, die liegen... Weißt du, wo die beiden liegen? Ungefähr, ja. Unter dem Haufen noch. An dem gegenüberliegenden kleinen Fenster. Wir müssen eigentlich beide treffen. Brenn, brenn. Hier ist noch eine Lampe zur Not. Für die interessiert er sich nicht, aber vielleicht für den da. Den müssen wir jetzt... Den, den, den da. Für den brauchen wir jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit. Hier ist Muni. Oh ja. Eins, zwei, drei, vier, eher fünf. Ist ungerade. Clou habe ich. Zwei, drei, vier Spieler. Jetzt ist ein Solo, der hat gesagt, das liegt nicht. Was war das? Ein Whiteshot, ne? Ja. Da ist er doch, oder nicht? Dahinter, Zaun? Der hat irgendwas gehauen, ja. Irgendwo hier. Also irgendwo hier in dem Bereich, hier hinter den... Ach nee, da ist ein Grunt. Nee, nee, irgendwas hat gehauen. Ja, ich dachte, das hier wäre er, aber das ist ein Grunt. Ja, den hätte ich auch schon geämmt. Ich hole mir mal die Toolbox. Wir haben alles angezündet. Und der kackt sich richtig in die Hose. Das war auch Kettenpistole, das ist wieder so behindert. Ist er sicher, dass er was gehauen hat? Ja. Ist der hier ausgebrannt? Er hat ja das ausgebrannt. Er hat nichts gelöscht, das hätten wir gehört. Aber selbst wenn alles ausgebrannt ist, also entweder wissen wir nichts von seinem Mate. Eines, was ich mir wirklich vorstellen könnte, ist, dass hier neben einem Maisfeld rumgümmelt. Oh, ist der Kasse? Oh, ist der Kasse?